Der Himmel überwiegen. Ein maskierter Mann hält dem Piloten des Lufthansa-Flugs 592 eine Pistole an den Kopf und entführt die Maschine. Das Leben von 94 Passagieren und 10 Crewmitgliedern hängt an einem seidenen Faden. Noch weiß keiner, was der Geiselnehmer fordert und wohin die Reise geht. Früher war ich Scharfschütze, nun bin ich Vermittler. Mein Motto, Worte statt Waffen. Mein Name, Dominic Messino. Taktik und Verhandlungsgeschicke hätten auch beim folgenden Geiseldrama Leben. Frankfurt am Main, 11. Februar 1993. Ein junger Äthiopier will ohne Visum in die USA. Um jeden Preis. Er hat einen mörderischen Plan. Der Flughafen Frankfurt am Main. Die Maschine ist startklar, um über Kairo nach Äthiopien zu fliegen. Aber Flug 592 wird das Leben der Menschen an Bord verändern. Und auch meines. 94 Passagiere checken ein. Unter ihnen der Missionar Jefferson Ritchie. Er will nach Äthiopien. Das Ziel des Künstlers William Matthews ist Kairo. Die Terroranschläge vom 11. September 2001 liegen in weiter Zukunft. Die Sicherheitsvorkehrungen sind lasch. Ein Passagier nutzt das zu seinem Vorteil. Die Fluggäste an Bord nehmen ihre Plätze ein. Für sie ist es ein Flug wie jeder andere. Die Maschine startet pünktlich und die Passagiere lehnen sich entspannt zurück. Alle bis auf einen. Die Maschine startet pünktlich und die Soldaten sprechen. Schönein. Okay, okay, okay. Für Flugbegleiterin Tanja Brandt ist es ein ganz normaler Arbeitstag. Ich stand in der Küche, wir wollten nach Cairo und waren gerade über Wien. Sag kein Wort. Kein Wort. Was ist? Bring mich zum Cockpit. Halt den Mund, bring mich zum Cockpit oder du stirbst. Ein maskierter Mann bedrohte mich mit einer Pistole und sagte, öffne die Cockpit-Tür. Los. Seht mich nicht an. Ihr fliegt jetzt Richtung Westen. Mayday, Lufthansa, Flug 592. Mit wem sprichst du? Ich informiere die Flugsicherung. Du sprichst mit niemandem außer mit mir oder ich erschieße dich. Warum fliegen wir nicht nach Westen? Er hatte die Pistole in der einen, den Kompass in der anderen Hand und kontrollierte damit, ob wir die Richtung änderten. Endest du den Kurs? Ich erschieße dich. Und er drückte die Pistole so fest an den Kopf des Flugkapitäns, dass er gegen das Cockpit-Fenster stieß. Die Lage war sehr ernst. Ich erschieße dich. Dreh nach Westen. Die Fluglotsen am Boden sind beunruhigt, als die Maschine plötzlich abdreht. Dankeschön. Du, Dieter. Ja. Dieter Lufthansa 592. Weich vom Kurser. Was ist denn los mit denen? Ja. Ich muss unseren Kurs durchgeben. Wir kollidieren sonst mit anderen Flugzeugen. Ich sagte, Mayday, Mayday, in Führung im Gange, ein bewaffneter Mann zwingt uns, rechts abzudrehen. Roger, ich mache den Luftraum frei. Air France, Air France, 4, 9, 3, 4, 9, 3. Gegen 12 Uhr drehte der Flieger plötzlich um. Das kam mir komisch vor. Im selben Moment machte der Pilot eine Durchsage. Meine Damen und Herren, wir haben leider einen Passagier an Bord, der nicht nach Kairo fliegen möchte. Ich erinnere mich an eine Frau, die offenbar Deutsche war und verstand, was der Pilot sagte. Sie wurde leichenblass. Mir war sofort klar, dass das, was sie hörte, sie zu Tode ängstigte. Wir haben einen Passagier an Bord, der nicht nach Kairo möchte. Er hält mir eine Pistole an den Kopf. Wir drehen um. Sein Ziel ist uns nicht bekannt. Wir folgen seinen Anweisungen. Und informieren Sie, sobald wir Näheres wissen. Vielen Dank. Auf dem Bildschirm sah ich, dass wir Teheran und Bagdad viel näher waren als Kairo. Ich bekam Angst. Wie zum Himmel konnte das passieren? Was wollte dieser Mensch? Womit würde das enden? Weiter nach Westen. Wohin wollen Sie? New York. Und Flugkapitän Göbel fragte, was wollen Sie in New York? Er lachte und sagte, bring mich hin oder ich erschieße dich. So weit kommen wir nicht. Lüg mich nicht an. Die Piloten wissen, ein Direktflug nach New York ist unmöglich. Die Maschine würde in den Atlantik stürzen. Wir brauchen mehr Treibstoff für die weite Strecke. Ist das so? Stimmt das? Ist das so? Ja. Schauen Sie, die Strecke nach New York ist wesentlich länger als nach Kairo. Wenn Sie da hinwollen, müssen wir einen Tankstopp einlegen. Nach einer Weile begriff er, dass der Treibstoff für den Flug nach Kairo niemals bis New York reichen würde. Okay, wo können wir nachtanken? Wir müssen in Deutschland landen. Dann in Bremen. Da ist die Landebahn zu kurz. Wohin dann? Hannover. Wir tanken in Hannover. Keiner kommt an Bord. Keiner darf raus. Sie sollen dort alles vorbereiten. Er kündigte die Landung in Hannover an. Meine Damen und Herren, unser Ziel hat sich geändert. Statt nach Kairo fliegen wir zum JFK Airport in New York. Für diese Strecke brauchen wir allerdings mehr Treibstoff. Wir landen gleich in Hannover, wo wir tanken werden. Dann geht es weiter nach New York. Vielen Dank für Ihre Geduld. Wir tun unser Möglichstes in dieser Situation. Danke. Man wies uns an, auf unseren Plätzen zu bleiben. Die Lage war echt heikel. Die Ehefrau von Passagier Jefferson Ritchie sieht zu Hause im US-Staat Kentucky gerade die Nachrichten. Eine aktuelle Meldung aus Deutschland. Ein Lufthansa-Flug ist auf dem Weg nach Äthiopien entführt worden. Der bewaffnete Mann hält 94 Passagiere als Geiseln, unverlangt nach New York zu fliegen. Ich rief meinen Schwager an, der für die Medien in Louisville arbeitete. Ich war sicher, dass Jeff nicht an Bord der entführten Maschine war. Trotzdem fragte ich, kannst du die Flugnummer für mich rausfinden? Er rief zwei Minuten später zurück. Es war die Nummer von Jeffs Flug. Ich hatte die schlimmsten Bilder im Kopf. Bei früheren Entführungen waren Amerikaner ums Leben gekommen. Ich betete, dass keiner seine Nationalität bemerkte. In New York ist es kurz vor 8 Uhr. Detektiv Dominic Messino ist mit dem Auto unterwegs ins Büro und hört Radio. Plötzlich kam die Nachricht von der Flugzeugentführung aus Deutschland im Radio. Direkt nachdem ich das hörte, ging mein Pieper los. Ich raste mit Blaulicht und Sirene zum nächsten Telefon. Die Maschine ist bereits seit fast zwei Stunden in der Gewalt des Entführers. Lufthansa 592 an Tower, bereit zur Landung auf Bahn 27. Das Flugzeug landet zum Nachtanken in Hannover. Da waren 30, 40, vielleicht 50 Fotografen mit Ausrüstung. Die Presse. Ich sagte, keine Presse, keine Polizei. Die kommen nicht rein. Woher willst du das wissen? Ich bin der Flugkapitän. Sie hören auf mich. Warum sind es so viele? Wo kommen die her? Einen internationalen Flug zu kapern erregt Aufmerksamkeit. Wie lange dauert das hier? Nicht lange. Sobald der Tank aufgefüllt ist, fliegen wir. Wir baten den Lotsen im Tower, uns schnellstens den Tantlaster zu schicken. Der Kerl wurde immer nervöser. Auch für die Passagiere an Bord ist die Situation unerträglich. Wir parkten am Ende der Rollbahn. Um uns herum nur Bäume. Als ich raus sah, entdeckte ich überall im Schatten der Bäume bewaffnete Männer. Sie waren überall. Es war so unwirklich. Sie trugen Helme und zielten mit Gewehren auf uns. Ich dachte nur, Mist, ich befinde mich in einer echt gefährlichen Situation. 94 Fluggäste und 10 Crewmitglieder befinden sich inmitten eines wahrgewordenen Albtraums. Seit zwei Stunden ist der Lufthansa Airbus in der Gewalt eines Entführers. Sein Motiv ist noch unklar. Fakt ist, der Mann will nach New York und bedroht die Piloten mit seiner Pistole. Niemand konnte sich erklären, wie der Mann die Waffe an Bord schmuggeln konnte. Ganz einfach. Er geht zum Metalldetektor, nimmt seinen Hut ab, legt ihn auf den Tisch daneben, geht durch den Detektor und setzt den Hut wieder auf. Die Waffe ist im Hut. Die Piloten warten ungeduldig auf den Tanklaster. Die Situation im Cockpit spitzt sich zu. Was ist los? Ein Problem mit dem Tanklaster. Lufthansa 592, wann können wir mit Betankung rechnen? Vom Tower erfuhren wir, dass der Tanklasterfahrer verheiratet war und Kinder hatte. Er sagte einfach, das ist mir zu gefährlich. Mach ich nicht. Das geht nicht. Ich werde Passagiere erschießen, wenn wir nicht in zehn Minuten abheben. Kapiert? Ich erschieße Leute. Wir tun unser Bestes. Der Treibstoff kommt. Ich meine es ernst. Zehn Minuten. Verstanden? Hier, Lufthansa 592, brauchen sofortige Betankung. Zehn Minuten. Sie mussten einen Ersatzfahrer finden. Bei einem Blick aus dem Fenster entdeckt Passagier Jefferson Ritchie Scharfschützen. Versteckt im Gebüsch. Ich war emotional nicht darauf vorbereitet, darüber nachdenken zu müssen, dass dies mein letzter Tag auf Erden sein könnte. Seine Frau Megan verfolgt entsetzt die Nachrichten im Fernsehen. Bei NBC zeigten sie in einer Sondersendung ein Bild von Jeff. Es machte mir Angst, wie schnell sie diese Informationen hatten. Gott schütze ihn. Schicken Sie sofort den Treibstoff. Bitte. Genehmigung erteilt, Lufthansa 592. Es dauerte 40 Minuten, bis der Tanklaster da war. Am John F. Kennedy International Airport in New York wartet bereits ein Krisenstab auf die entführte Lufthansa-Maschine. Es waren Leute vom Außenministerium, vom Zoll, der Hafenbehörde und der Polizei da. Der FBI-Agent John Flatt war da. Ich sagte, hey, alles klar? Wir wollen euch unterstützen. Kaffee kochen oder was ihr sonst braucht. Und er sagte zu mir, Du bist der Hauptvermittler. Ich mach den zweiten Mann. Du hast das Sagen. Okay, alles klar. Dominic war ein sehr erfahrener Vermittler. Er war länger dabei als ich. Deshalb fand ich, dass er sich besser für die erste Kontaktaufnahme eignete. Plötzlich war ich mittendrin. Während sich das Team in New York vorbereitet, steht der gekaperte Lufthansa Airbus in Hannover vollgetankt in den Startlöchern. Lufthansa 592, Sie haben Starterlaubnis. Wir bereiteten den Start vor, gingen die Checkliste durch und sagten dem Entführer außerdem, dass er auf dem Reservesitz besser angeschnallt sein sollte. Der Gurt dient nur Ihrer Sicherheit. Ich schnalle mich nicht an. Pflege einfach die Maschine. Das ist gefährlich. Wenn man einen Start abbrechen muss, wird sehr scharf gebremst. Er könnte dann auf den Schubhebel knallen. Und das erklärten wir ihm auch. Bitte zu Ihrer Sicherheit. Halt den Mund! Ich schnall mich nicht an. Konzentrier dich aufs Fliegen. Kapiert? Ja. Mund halten. Fliegen. Der Kapitän und ich sahen uns an. Wir sprachen nicht, aber wir dachten beide dasselbe. Nämlich den Start tatsächlich mittendrin abzubrechen und eine Vollbremsung durchzuführen. Dann würde der Kern nach vorne stürzen und vielleicht, das wäre unsere Chance. Ein gewagter Plan. Falls er nicht funktioniert, steht das Leben aller Geiseln auf dem Spiel. Das Leben aller Geiseln auf dem Spiel. Drei Stunden nach dem Start in Frankfurt ist Flug 592 vollgetankt und zum Abflug nach New York bereit. Flugkapitän Göbel und Co-Pilot Jürgens überlegen, ob sie einen geplanten Startabbruch wagen und den Entführer überwältigen sollen. Wir entschieden uns dagegen. Es war einfach zu riskant. Wir hoben ab Richtung New York. Die Passagiere stellen sich auf den Acht-Stunden-Flug ein. William Matthews rechnet mit dem Schlimmsten. Ich schrieb Postkarten an meine 25 engsten Freunde. Ich hielt es für möglich, dass einige dieser Postkarten am Ende im Atlantik schwimmen würden. Wie lange noch? Wie lange noch? Er nahm die Maske ab. Einfach so und wir sahen zum ersten Mal sein Gesicht. Eine Frage. Nicht gucken! Warum New York? Private Gründe. Waren Sie schon mal da? Nein. Ich hab's oft versucht. Versucht? Ja, meine Familie ist dort. Ich wollte zu Ihnen, aber es ging nicht. Warum nicht? Ich kriege die Einreisegenehmigung nicht. Die Behörden dort sind völlig unfähig. Wir fragten ihn, wie heißen Sie? Sage ich nicht. Wie soll ich Sie nennen? Nenn mich, wie du willst. Mir egal. Wie wär's mit Jack? Ich nennen Sie Jack. Ja, Jack. Egal. Gut, Jack. Sieh mich nicht an. Wie oft soll ich Sie das noch sagen? Jack. Verstehen Sie doch. Ich verstehe. Versteht ihr lieber, dass ich euch erschieße, wenn was schiefläuft? Klar? Ja, Jack. In New York besprechen Detective Dominic Messino, FBI-Agent John Flott und Carmine Spennau von der Hafenbehörde die Lage. Wir wissen also, dass er nach New York will. Wir wissen also, dass er nach New York will. Aber was ist sein Motiv? Was will er wirklich? Es gelingt dem Krisenstab, Funkkontakt zum Flugzeug herzustellen. Hallo, hier spricht Dominic Messino, Detective der New Yorker Polizei. Nennen Sie mich Dominic. Okay. Mit wem spreche ich? Nennen Sie mich Jack. Jack. Sagen Sie mir, was genau Sie wollen. Was genau Sie wollen? Was? Die Maschine soll zum Lufthansa-Gate. Wenn sie woanders hinkommt, gibt's Verletzte. Mir wäre es lieber gewesen, er hätte politisches Asyl, eine Million Dollar oder eine Ranch in Montana verlangt. Aber er forderte so wenig, dass ich mich fragte, was er tatsächlich plante. Weil ich jetzt wirklich dachte, okay, was ist der echte Plan? Keiner macht Fotos von mir und keine Polizei. Sonst gibt es Tote. Haben Sie verstanden? Die Wahrheit ist, dass man genau das nicht verhindern kann. Natürlich wird fotografiert. Das ist ein riesiges Terminal. Eine Räumung ist unmöglich. Aber ich hatte einen Vorschlag. Okay. Es gibt eine VIP-Area, wo wir besonders wichtige Leute hinbringen. Dort werden keine Fotografen sein. Niemand wird Sie stören. Dort haben Sie Ihre Ruhe. Keine Tricks. Wenn irgendwas schiefläuft, erschieße ich jemanden. Verstanden? Keine Tricks, keine Überraschungen. Wenn das Flugzeug dort ist, steigen Sie aus. Richtig, Jack? Ja, ich denke schon. 90 Minuten vor Ankunft des entführten Flugs wird der gesamte Kennedy Airport dichtgemacht. Nichts geht mehr. Das ist unheimlich. Die Passagiere wissen nicht, was im Cockpit vor sich geht. William Matthews beschließt, aktiv zu werden. Ich habe eine Idee, wie wir den Typen überwältigen könnten. Haben Sie mal Kampfsport gemacht? Waren Sie beim Militär? Jeder antwortete, ich will nichts damit zu tun haben. Ich dachte nur, du Idiot. Nichts damit zu tun haben. Du steckst bereits mittendrin. Ich dachte an meine Frau, meine Kinder. Wenn das hier schiefläuft, was wird aus ihnen? Was wird für sie das Leben sein? Auch Jeffersons Frau in Louisville macht sich große Sorgen. Als die Lokal-Nachrichten darüber berichteten, beschloss ich sofort, meine Kinder aus der Schule zu holen und nach Hause zu bringen. Sie sollten es nicht von anderen erfahren. Wie geht es Ihnen in dieser Situation? Wann haben Sie davon erfahren? Was denken Sie über den Entführer? Die Medien wünschten sich wütende Kommentare, aber ich wollte ruhig bleiben, besonders vor den Kindern. Wir beten für die Entführer und ihre Familien. Wir hoffen, dass alles gut ausgeht und niemand verletzt wird. Den Kindern war klar, dass er sterben könnte. Sie waren alt genug, um das zu begreifen. Eine Stunde vor der Landung trifft der Leiter des FBI-Krisenbewältigungsteams, Gary Nersner, mit seinen Männern am JFK Airport ein. Wenn der Entführer plötzlich anfangen sollte, Menschen an Bord zu töten, müssten wir eingreifen. Wie würden wir am schnellsten in die Maschine kommen, um ihn zu stoppen? Wie sieht es aus, Dominic? Hast du den Namen? Du musst ihn im Gespräch unbedingt mit Samthandschuhen anfassen. Wir dürfen ihn nicht verschrecken, okay? Na klar. Man kann noch so viel planen, aber es kann immer etwas Unerwartetes passieren. Vermittler müssen oft spontan auf eine Situation reagieren und das kann schief gehen. Okay, Jack. Wir müssen darüber reden. Was geschieht, wenn Sie von Bord gehen? Nein. Ich will keine Uniformierten sehen. Bitte? Ich will keine Polizisten oder Uniformierte sehen. Verstanden? Okay. Tragen Sie Uniform? Nein, ich bin Detective. Ich trage keine Uniform. Gut, ich ergebe mich. Aber nur Ihnen. Was? Ich werde mich Ihnen ergeben, wenn ich von Bord gehe, okay? Verstanden? Okay. Okay, okay, gut. Okay, fine. Oh Mann, was hatte ich mir da eingebaut. Ich dachte nur, verdammter Wahnsinn. Wenn man so etwas sagt, das ist, als hätte man eine Kugel abgefeuert. Die kann man nicht mehr zurückholen. Tja, Jack hatte das getan. Ich fühle mich sicher bei Ihnen. Nie beim Vermittler ergeben, okay? Das ist nicht unser Job. Ich ergebe mich. Gut, ich treffe Sie am Flugzeug. Von dieser Aktion waren wahrscheinlich viele Leute nicht so begeistert. Ich ja auch nicht. Es sollte anders laufen. Aber die Sache flog mir einfach um die Ohren. Messino übergibt an Special Agent Flood und bereitet sich auf die Begegnung vor. Und ich dachte, das ist nicht gut. Das ist ganz übel. Hier wird die Maschine landen. Dort stehen L-förmige Schutzwände. Rechts ist unsere Kommandozentrale. Darin die Vermittler, die SWAT-Teams, das Bombenentschärfungskommando und alle anderen. Lufthansa Flug 592 wird in 10 Minuten am JFK Airport landen. Ein Spezialkommando gibt Detective Messino Deckung, falls etwas schiefläuft. FBI-Agent John Flood nimmt über Funk Kontakt zu dem Entführer auf. Wenn Sie gelandet sind, lassen Sie die Waffe in der Kabine. Öffnen Sie die Flugzeugtüren erst, wenn wir Sie über Funk dazu auffordern. Verstanden? Alles klar. Meine größte Sorge, besonders in den Staaten, war, dass ein SWAT-Team an Bord kommen könnte. Und dass, während der Kerl noch im Cockpit ist und dann Schüsse fallen würden. Das war wirklich meine größte Sorge. Als ich aus dem Fenster blickte, sah ich, dass der gesamte Highway lahmgelegt war. Überall blinkten rote Lichter. Alles war voller Einsatzwagen. Das war beängstigend. Wir hatten Angst, was uns nach der Landung erwartete. Würde er aufgeben? Würden Schüsse fallen? Jefferson Ritchies Familie verfolgt die Landung live im Fernsehen. Ist Papa okay? Ja, Schatz, sicher. Lass uns weiter für ihn beten. Als das Flugzeug landete, sah ich zu meinen Kindern, ob es ihnen auch gut geht. Ich war dankbar, als die Maschine sicher gelandet war. Aber ich wusste auch, es ist noch nicht vorbei. Und dann dachte ich, oh je, überall Einsatztruppen, Feuerwehr, Polizei. Es sah aus wie die Bühne für das letzte Gefecht. Ich sah raus und überall waren SWAT-Teams und Polizisten mit gezogener Waffe auf den Dächern. Sie waren ein Stück vom Flugzeug entfernt, aber man konnte sie sehen. Lufthansa 592. Viele Leute hier. Das ist nicht die Presse, oder? Captain, hier ist John von der Polizei. Nein, wir haben die Presse nicht reingelassen. Wie mit Jack besprochen, keine Presse. für Messino wird es ernst. Er ist unterwegs zum Flugzeug. Die Nerven des Entführers liegen blank. Und dann hieß es plötzlich, der Pilot wolle mich sprechen. Jemand gab mir ein Funkgerät und der Pilot fragte, wo stecken Sie? Warum dauert das so lange? Bitte haben Sie Geduld. Sie wissen, was hier los ist. Es ist nicht meinetwegen. Okay, lassen Sie mich kurz mit Jack sprechen. Ich höre. Hey, Jack, hier ist viel los. Ich habe jetzt alles vorbereitet und bin unterwegs. Sie können uns gleich sehen. Wir fuhren an den Schutzwänden vorbei und hielten vor dem Flugzeug. Ich fragte, ob er mich sehen könne. Er sagte ja. Ich besorge eine Treppe. Bitte haben Sie etwas Geduld. Jetzt händigen Sie dem Piloten Ihre Waffe aus. Der Pilot soll den Abzug nicht berühren und die Waffe hochhalten, damit wir sie sehen können. Ich halte sie jetzt ans Fenster. Ich sehe nichts, weil sich die Sonne in der Scheibe spiegelt. Öffnen Sie bitte das Fenster und halten Sie die Waffe heraus, damit ich sie sehen kann. Okay, sehr gut. Sobald die Treppe da ist und Sie sich völlig sicher fühlen, sage ich Bescheid und Sie lassen die Tür öffnen, okay? Okay. Danach kommen Sie bitte langsam die Treppe runter und halten Ihre Hände über den Kopf. die Handflächen zu mir. You put your hands up over your head with your palms facing me, okay? Yes, that is all right. Okay, yeah. Dann gehen Sie langsam auf mich zu. Rennen Sie nicht. Okay? Okay, yeah. Jack, sind Sie soweit? Ja, ich komme jetzt raus. Als der Entführer aus dem Flugzeug kommt, ist Messino geschockt. Er trägt eine Maske und sieht aus wie ein Terrorist. Für mich änderte sich die ganze Situation. Jetzt geht es um Terrorismus. Messino hat dem Entführer nicht gesagt, ohne Maske und ohne Rucksack. Flug 592 ist zwischen Schutzwänden geparkt, rund 30 bis 40 Meter von mir entfernt. Der Entführer kommt raus. Er trägt eine Maske und hat einen Rucksack dabei. Ich habe Mist gebaut. Ich habe Mist gebaut. Spezialkommando auf Position. Ich hätte ihm sagen müssen, dass er nichts mit rausbringen soll. Er hat einen ziemlich großen Rucksack. Wir wissen ja nicht, was er vorhat. Vielleicht hat er tonnenweise Sprengstoff darin. Vielleicht hat er 100 lbs Explosive in hier. Ich habe keine Ahnung. Heben Sie die Hände über den Kopf. Jetzt gehen Sie auf mich zu. Können Sie mich hören? Heben Sie Ihre Hände über den Kopf. Handflächen nach vorn. Er springt die Treppe runter. Er sollte doch langsam gehen. Heben Sie die Hände über den Kopf. Ganz langsam. Hände über den Kopf. Handflächen nach vorn. Macht er es nicht, greifen die Scharfschützen ein. Hören Sie mich. Sie müssen die Hände hochnehmen. Hände hoch. Sonst werden die auf Sie schießen. Los, 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 los. Zack, waren die Hände oben. Schön langsam. Kommen Sie auf mich zu. Ganz langsam. Kommen Sie her. Ganz langsam. Behalten Sie die Hände oben. Langsam. Hands up. Hands up. Nice and easy. Er war viel zu nah. Er war viel zu nah. Hätte er Sprengstoff dabei gehabt, wären wir draufgegangen. Auf Position. Ganz langsam. Ich nehme jetzt Ihre Tasche, okay? Schön langsam. Lehnen Sie sich gegen den Wagen. Ganz langsam die Hände runter. Ich nehme Ihnen das ab, okay? Ich nehme Ihnen das ganz langsam ab. Die Hände nach oben, bitte. Ganz langsam. Die Hände hoch. Die Hände nach oben, bitte. Auch die Motorhaube lehnen. Er hätte mein Sohn sein können. Es stellte sich heraus, dass er erst 20 Jahre alt und Student war. Aber er sah viel jünger aus. Jünger als 20. Und er sah absolut nicht aus wie jemand, dem man so etwas zutrauen würde. Wir gehen von nur einem Entführer aus, aber das Flugzeug ist noch nicht gesichert. Das Spezialeinsatzkommando muss erst sicherstellen, dass es keine Komplizen oder Sprengstoff an Bord gibt. Hände hoch, Hände hoch, Hände über den Kopf. Hände oben halten, ganz nach oben. 15 Minuten lang durften wir uns nicht rühren. Wir saßen da, die Hände nach oben, während sie nach und nach die Gepäckfächer kontrollierten. Das war sicherlich der schlimmste Moment. Die Hände oben halten, ganz ruhig. Alles sauber. Das Sonderkommando findet keine Bombe. Weder an Bord, noch im Rucksack. Der Entführer ist der 20-jährige Äthiopier Nebio Demeke. Warum haben Sie das getan? Die Amerikaner geben mir kein Visum. Meine Familie hat Visa. Ich musste es tun. Der Flugzeugentführer Demeke kommt in den USA vor Gericht. Für seine Tat wird er zu 20 Jahren Haft verurteilt. Ich ging als Erster raus, weil ich ganz vorne gesessen hatte. Meine Mutter schaut sich die Nachrichten auf CNN an und plötzlich sieht sie da ihren Sohn. Ich bin sehr froh, dass ich gut ausgebildet wurde. Nur so konnte ich richtig reagieren. Wer glaubt, Sicherheit sei zu teuer, schauen Sie mal, was ein Unfall kostet. Hallo? Hallo, Megan. Ich liebe dich. Ich sagte, mir geht's gut und ich liebe euch. Ich gab den Hörer weiter. Alle wollten seine Stimme hören. Ich hab dich lieb, Papa. Okay? Unser Sohn Andrew redete wie ein Wasserfall. Den ganzen Tag über war er sehr still. Alles hatte sich aufgestaut. Aber als klar war, dass es seinem Dad gut ging, klapperte er drauf los. Er war überglücklich, dass alles okay war. Wie ist Ihr Name, Sir? M-I-S-I-N-O. In meiner Abteilung kannten weder der Chief, noch der Sheriff, noch der Leiter meinen Namen. Wenn 105 Leben von einem abhängen, das ist Stress pur. Doch am Ende des Tages war ich ein Superstar. Du bist ein Mickey Mann. das im Hintergrund. swap